Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Hassels. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 65 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 990 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017